Was geht mit dir vor? Was? Wie oft war deine Schaukel viel zu nah am Haus, dass du so oft mit deinem Schädel gegen die Hauswand gedonnert bist, um auf solche Ideen zu kommen? So, es geht um ein Video von der lieben Jasmin. Ich meine, man guckt natürlich bei den ganzen Creatoren ein bisschen rein, ganz klar. Und das Video ging irgendwie an mir vorbei, das kam vor einem Monat raus. Keine Ahnung, was da war. Ich habe keine Ahnung, warum es an mir vorbeiging. Kann auch sein, dass ich da gerade viel im Kopf hatte und es mir in der Timeline angezeigt wurde. Ich weiß es nicht. Aber ich persönlich bin der Meinung, wir Creator haben eine gewisse... einen gewissen Stand einfach dadurch, dass wir uns öffentlich zeigen. Und dadurch ab Follower 1, sage ich mal, oder schon ab dem Entschluss zu streamen und in der Öffentlichkeit aufzutreten durch YouTube, Twitch, TikTok, whatever, hat man als Creator auch eine gewisse Vorbildfunktion und dazu gehört auch ein bisschen ein Stück weit aufklären, ein bisschen kontroverse Themen vielleicht besprechen, es versuchen zu halten, in einem Rahmen zu halten, es nicht eskalieren lassen. Aber gerade auch sowas, dass man einfach mit euch darüber spricht, finde ich persönlich, ist wichtig. Einfach meine Meinung. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Lasst euch mal kurz das Thema auf euch wirken und dann machen wir immer wieder Stopp, auch quatschen. Das ist ein schwieriges Thema für mich. So schwierig, dass ich mir für dieses Video die Unterstützung von vier großartigen Meinungsbloggern geholt habe und noch zusätzlich einer Hektivistin. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und über ein Abo natürlich auch. Und vor allem, wenn ihr dieses für mich sehr, sehr wichtige Thema anderen Leuten teilt und vielleicht auch gerade Leuten zeigt, die eventuell auch mal YouTuber oder Streamer werden wollen. Warum? Das erfährst du gleich. Seit Jahren schleppe ich dieses Thema mit mir rum und es triggert mich einfach immer wieder aufs Neue. Vor allem triggert es mich, da es immer wieder Menschen gibt, die das ganze Thema abtun oder es eben runterreden. Das ist es halt einfach, dieses, aber dazu gleich mehr, dieses Abreden, dieses, ja, so schlimm ist es ja nicht, ne? Das ist etwas, was ich persönlich auch vertreten kann, wo ich sage, du bist davon nicht betroffen. Du hörst davon, du hörst, dass es der Person wichtig ist oder mir wichtig ist oder wem auch immer. Also rede es bitte nicht runter, nur weil du entweder A mit der Materie nichts zu tun hast, B davon nicht betroffen bist, D vielleicht empathisch einfach Level Zero bist, ne? Und das, das muss die Menschheit einfach schon mal versuchen zu begreifen, dass man das schon mal aufhören muss, weil das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren einfach schon mal zu krass geworden. Das sind übrigens meistens die Menschen, die davon überhaupt nicht betroffen sind. Für die Betroffenen ist es aber definitiv meistens umso krasser und schmerzhafter, gerade wenn sie das erste Mal damit konfrontiert werden. Wie ihr wahrscheinlich diesem Tweet gerade entnehmen konntet, handelt es sich um die Plattform Reddit, die ihren Usern gefühlt überhaupt keine Grenzen setzt. Denn in einigen Reddit-Foren wird beispielsweise über mich gesprochen, was man gerne sexuell alles mit mir anstellen würde und andere mehr als ekelhafte Dinge. Aber neben den Kommentaren... So, da möchte ich nochmal kurz eingrätschen. Es geht nicht, tut mir leid. Also, wir haben das damals auch gemacht. Und mit damals meine ich jetzt, keine Ahnung, Ende 90er, Anfang 2000er, da haben wir auch mit unseren Freunden gesagt, hey, hast du schon mal die gesehen, den Star oder die Dame oder die Schauspielerin oder whatever. Aber es ist ein perfekter Unterschied. Und sorry für die Wortwahl, aber es ist ein verdammter Unterschied, ob ich das mit meinen Freunden bespreche, also in einer kleinen Gruppe oder mit Arbeitskollegen oder whatever, bei einem Brotzeit oder was auch immer, oder ob ich das öffentlich in irgendeinem Rahmen wiedergebe und dadurch versuche, irgendwie eine Kommunikation mit anderen aufzubauen, die genauso denken. Autogrammkarten wird einem auch noch viel weiteres geboten. Unter anderem Deepfakes. Für alle, die nicht wissen, was Deepfakes sind, unter Deepfakes versteht man, wenn man das Gesicht einer Person auf eine andere projizieren kann. Und das wirkt teilweise schon relativ echt, in manchen Fällen auch zu echt, was viele Beispiele uns schon gezeigt haben. Aber das ist nicht alles, was uns in Reddit-Foren geboten wird. Denn auch Autogrammkarten, die ausschließlich bei gewissen Community-Treffen erhältlich waren, wurden dazu genutzt, um öffentlich darauf zu investieren und es hochzuladen. Was, und diese Frage muss ich einfach stellen, was geht in deinem Schädel vor, dass du meinst, nur weil du im Internet unterwegs bist, dein Lörres auszupacken und auf ein Foto zu... Na, ihr versteht, was ich meine. Die haben einen Schatten, ja. Das... Das ist noch sehr nett formuliert, glaube ich. Das ist dezent nett formuliert. Ich persönlich sehr schmerzhaft, da ich das sehr schade finde, da ich die Person höchstwahrscheinlich face-to-face gesehen habe. Und dann öffentlich so erniedrigt zu werden, ist echt nicht schön. Aber natürlich bin ich nicht die Einzige, die betroffen ist. Dazu wird euch aber jetzt Just Nero noch mehr erzählen. Wir schauen uns gemeinsam Kommentarsektionen von einschlägigen Reddit-Threads an, die in ungefähr erahnen lassen, was für eine Perversion und Abartigkeit sich auf dieser Plattform auftut. Hier hätten wir beispielsweise ein Post, in dem Sunny Loops gezeigt wird, die gerade ihre neue Leggings präsentiert. Also erstmal ist das ein ganz normaler Beitrag von ihr gewesen. Und wie formuliere ich das jetzt? Wenn bei solch harmlosen Geschichten sich solche Abgründe auftun, in denen sich Gruppen von Usern kollektiv versammeln, um sich für Schweinkram zu verabreden, möchte ich gar nicht wissen, was in den tiefsten Tiefen noch so alles vor sich geht. Neben Verlautbarungen, sie gegen ihren Willen zu fesseln, schweift das Ganze aber auch ganz gerne mal ab. Zum Beispiel möchte ein User Bilder von seinen Klassenkameradinnen verschicken und die Reddit-Community doch mal abstimmen lassen, wie heiß diese sind. Ich möchte kotzen. Ich möchte einfach kotzen. Allein diese Frage, Menschen gegen ihren Willen zu fotografieren oder Klassenfotos zu nehmen oder whatever und die öffentlich zu stellen und somit eventuell der Gefahr auszusetzen, defamiert zu werden von irgendwelchen Menschen, die den Menschen nicht kennen, der auf dem Bild abgebildet ist. Was geht mit dir vor? Was? Wie oft war deine Schaukel viel zu nah am Haus, dass du so oft mit deinem Schädel gegen die Hauswand gedonnert bist, um auf solche Ideen zu kommen? Mal abgesehen davon, dass Bild Nummer 3 hier von oben gesehen, ich denke mal, ihr kennt es, ein Bild ist, dass man als Avatar perfekt wählen sollte. Es gibt genug. Es gibt genug Foren, Diskussionen oder Sonstiges, wo man sich austauschen kann. Hey, finde ich super. Aber es für sowas zu nutzen, egal in welcher Form, also für sowas oder für andere Sachen, die vielleicht noch ein bisschen wehler sind. Sorry. Ich meine, da kann ich verstehen, dass man versucht, da irgendwo einen Rahmen zu binden, um den Leuten aufzuzeigen, hey, so geht's nicht. Und ja, das ist bestimmt noch das harmloseste, aber da fängt es doch schon an. Also. Hier, die Jungs, DM, 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 DM. Hey, ihr kennt den Mensch dahinter nicht. Ihr seht nur ein Bild. Und nur, weil die Person auf dem Bild im Moment vielleicht gut ausschaut oder Sonstiges, sagt es nichts über die Person aus. wenn man bedenkt, dass die jetzt, keine Ahnung, in welcher Klasse sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit unserer Menschheit oder mit unserer Gesellschaft so langsam wirklich bergab geht. Ich verstehe es nicht, wie es so weit kommen kann, dass man diese, diese tolle Möglichkeit des Internets, um sich auszutauschen, für so einen Scheiß nutzt. Sorry. An der Dynamik, die dort herrscht und daran, dass das in einem NotSafeForWork Subreddit stattfindet, kann man nur dunkler erahnen, in welche Richtung das gehen wird. Es ist halt egal, was die Frauen tragen. Es ist wortwörtlich egal. Diese Idioten zweckentfremden es so oder so für ihre Perversion. Und da muss dringend ein Riegel vorgeschoben werden. Bestes Beispiel dafür ist Jasmin. Sie ist ganz normal angezogen, was derart von Müll in den Kommentarsektionen eigentlich nicht zulassen sollte. Und dennoch, Jasmin hat mir gerade sogar noch einen Kommentar geschickt, der hier unterstellt, Sodomie zu betreiben. Könnt ihr euch denn ungefähr ausmalen, wie Reddit-Threads über Katja aussehen? Wenn man sich die anguckt, ist wirklich endgültig Sensor. Dankeschön, Angest Nero, für deine Unterstützung. Aber da soll noch mal einer sagen, Frauen haben es ja so einfach. Ich habe ja ursprünglich zwei Gaming-Kanäle, deswegen musste ich mir das unter anderem auch sehr oft anhören und hatte gerade diese Geschichte dabei sehr oft im Hinterkopf. Da muss ich einhaken. diese Aussage, Frauen haben es einfacher, im Internet berühmt zu werden. Die kommt nicht von ungefähr, die spielt aber auch nicht auf alle Kolleginnen, ich nenne sie jetzt mal Kolleginnen ab, aber es gibt Damen, die natürlich das gezielt nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie ich nenne sie jetzt mal eine herausragende Persönlichkeit haben. Es ist jetzt ein bisschen schräg formuliert, aber ja, manche zielen halt exakt darauf, aber es sind halt nicht alle. Es gibt auch genug Damen im Twitch-Bereich, die ich kenne, die halt wirklich gezielt das versuchen zu vermeiden, um nicht in diese Schublade zu rutschen, um nicht dafür geliked zu werden, dass ihr Ausschnitt bis zum Bauchnabe geht. Manche nutzen das wirklich gezielt, das ist auch okay, es ist ein Stilmittel, jeder muss sein eigenes Ding haben, um zu polarisieren, aber es schließt jetzt wirklich nicht jede Streamerin, YouTuberin oder keine Ahnung, TikTok-Streamerin oder sonstiges ein. Da mich dieses Thema früher sehr belastet und sehr gestresst hat, habe ich angefangen, mich immer öfter nicht zur Figur betont zu kleiden. Denn wie ihr hier in meinem Livestream sehen könnt, wird einfach jede Bewegung abgeklippt, fotografiert und direkt hochgeladen. Um das Ich bin ehrlich, wenn ich eine Frau sehe, die eine Yoga-Hose anzieht, die wirklich komplett betont ist, die wirklich komplett irgendwie so geschnitten ist, dass der Hintern gut ausschaut, ja, Gott verdammt, dann gucke ich hin und denke mir auch wahrscheinlich für mich so, dein Arsch, aber ich behalte es für mich und mach nicht daraus das. Gott verdammt, es steht dir frei, Gedanken sind frei, aber mach nicht so'n Scheiß damit. ... Ganze dann in Reddit-Form massiv zu sexualisieren und für seine eigenen Zwecke öffentlich zu missbrauchen. Selbst zwei Sekunden reichen also aus für die perfekte Video-Vorlage. Nachdem diese Clips allerdings auch weiter von mir gemacht worden sind, selbst als ich weite Kleidung getragen habe in meinen Streams, denn hey, man kann ja auch einfach das Gesicht ausschneiden und es auf dem nackten Körper photoshoppen oder man sexualisiert einfach gewisse Mimiken, die man macht, habe ich für mich persönlich kapituliert. Denn ich dachte mir, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich werde so oder so extrem sexualisiert. Ob ich normal in die Kamera schaue, ob ich meine Augen zukneife oder ob ich irgendeine Mimik von mir gebe, die annähernd sexualisiert werden kann. Ja, genau. Oha und the fuck. Genau. Nur weil, und sind wir ehrlich, Jasmin ist eine hübsche Frau, das muss man einfach sagen, sie ist eine hübsche Frau, aber das ist okay. Das kann man sagen. Aber du kannst nicht irgendwelche Gesichtszüge von ihr nehmen und die irgendwo hinklatschen und zu sagen, hey, ich war heute mit ihr in der Badewanne oder wäre es geil, mit ihr in der Badewanne zu sein oder sonstiges, um das dann hochzubladen oder Gott verdammt, was auch immer dazu zu machen. Ich meine, mal abgesehen von dem Gedankengang, dass Menschen ihre Zeit und die Zeit, die wir Menschen haben, ist relativ kostbar. Man sollte sie sinnvoll nutzen. Ihre Zeit investieren und daraus irgendwas zu machen, egal wie viel Zeitaufwand es ist und wenn jeder sagen würde, hey, das geht auch ratzfatz, scheißegal, mach doch mit deiner Zeit was Sinnvolles. Wenn du supergeil in Photoshop bist, ist das gut. Gönn dir. Super. Ich freue mich für dich. Aber mach nicht so einen Scheiß damit. Mach damit irgendwas Sinnvolles. Mach dir einen Nebenjob auf. Mach, keine Ahnung, designe, was auch immer. Es gibt genug Möglichkeiten, Fiverr und what the fuck, wo du damit Geld verdienen kannst. Aber mach doch nicht so einen Fakt damit. Was ist los mit der Menschheit? Geht unsere Menschheit vor die Runde? Und ich weiß, dass einige von euch jetzt wahrscheinlich sagen werden, zieh an, was du willst, lass dich nicht erniedrigen. Ja, ich weiß das heute selber auch. Aber ich glaube, einige können auch verstehen, was das mit jemandem macht, gerade wenn man noch sehr jung und unsicher ist und man das Ganze einfach nur verhindern möchte. Und wenn gerade du da draußen das nicht schlimm findest, dass das gemacht wird oder dass man es beispielsweise mit dir macht, dann ist das schön für dich. Aber tu mir den Gefallen und spreche es nicht den Menschen ab, die davon betroffen sind und es extrem schlimm finden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, nur weil du nicht davon betroffen bist oder weil dich das Thema vielleicht nicht so triggert oder was auch immer, dann sag lieber gar nichts, bevor du versuchst, es niederzusprechen. So nach dem Motto, das passiert ja nicht so oft. Oder sonstiges. Ne? Gott verdammt. Vor allem, kommt mir jetzt bitte nicht mit. Damit musst du klarkommen, du bist Person des öffentlichen Lebens, das gehört dazu. Nein. Diesen Spruch muss ich leider sagen, ich meine, das passt jetzt vielleicht hier nicht so ganz zu dem Thema, aber ja, diesen Spruch durfte ich mir auch schon anhören. Du hast es dir ja ausgesucht, du wolltest das ja, keine Ahnung, komm damit klar. Warum? Warum muss ich mit etwas klarkommen, nur weil ich mich dafür entschieden habe, zu streamen, mir eine Community aufzubauen, mit jemandem, mit euch quasi eine schöne Zeit zu verbringen, zu zocken oder was auch immer man als Creator macht. Warum muss ich mir alles gefallen lassen? Warum muss dann sowas kommen? Geht mir nicht in den Kopf rein. Also das ist empathisch level Toastbrot. muss ich nicht. Viele andere Frauen, inklusive mir, haben sich gezielt dazu entschieden, sich öffentlich nicht auszuziehen. Wir wollen diese Intimität für uns behalten. Doch selbst das wird öffentlich nicht akzeptiert und es wird uns genommen. Und jetzt kommt mir bitte auch nicht mit Argumenten wie Was ist denn dein Problem? Die machen das doch trotzdem alle weiterhin heimlich. Es ist ein großer Unterschied, ob Person des öffentlichen Lebens ungleich einem Tier im Zoo, das man erniedrigen kann. Ja. Ja. Würde ich so sagen. Nur weil wir im öffentlichen Leben stehen oder sein wollen, nur weil wir uns dazu entschieden haben, es zu tun, heißt es nicht, dass wir alles mit uns machen lassen müssen. Ob du etwas hinter verschossene Tür für dich tust oder öffentlich zelebrierst, dass du mich drucken willst. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es satt, diese öffentliche Erniedrigung von so vielen meiner Kolleginnen immer und immer wieder sehen zu müssen. Und falls ihr glaubt, dass die meisten Reddit-User, die solche Kommentare schreiben, jung sind, da muss ich euch definitiv widersprechen. Wir haben nämlich für dieses Video zusammen mit einer Hacky-Wistin gearbeitet, die uns die Identität der User gegeben hat. Hm, ist man auf einmal doch nicht mehr so anonym, wie man dachte. Es wird für eine kurzer Einhack. Nein, ihr seid nicht anonym. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Wir hatten letztes Jahr für den Streamclash auch einen Vorfall, dass in der, wie heißt diese Scheiß-Community, wo man sich anonym wieder zuschreiben kann, Telonym, genau, danke, ohne Ruhe zu stiften. Und ja, auch wenn die Webseite damit wirbt, dass du anonym bist, aber wenn du irgendwas tust, wie das hier oder jemanden diffamierst, Unruhe stiftest, etc., also alles, was jetzt negativ ist, um es mal kurz zu machen, Gott, nein, ihr seid es nicht. Man kann gegen euch vorgehen. Ihr kriegt es nur nicht mit oder ihr glaubt, ihr seid sicher. Nein, seid ihr nicht. Das sind zwei, drei E-Mail-Verkehre, wo man austauscht, wo man darlegt, was passiert ist und dann ist vorbei. Dann ist entweder der Anwalt bei euch oder was auch immer, man kriegt eure Adressen zugespielt, alles kein Thema. Egal, was die Webseite niederschreibt, das deutsche Recht sieht das leider anders. Ihr solltet euch mal schlau machen. ...einige Kandidaten sehr unangenehm werden in diesem Video. Aber dazu kommen wir gleich. Denn wer da tatsächlich solche abartigen Posts von sich gibt, wird euch wahrscheinlich umhauen. Doch was ist Reddit überhaupt? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass diese Plattform für solche Zwecke genutzt wird? Und warum unternimmt eigentlich niemand etwas dagegen? Das erfahrt ihr jetzt vom Parabelritter. Vielleicht sollten wir uns erst mal die Frage stellen, was Reddit eigentlich so besonders macht. Hi, nebenbei bemerkt. Auf Reddit ist es so, dass besonders interessante oder bedeutsame Posts nach oben gespült werden. Und was besonders interessant oder bedeutsam ist, das definiert die Community. Und im Endeffekt geht es genau um das, auch schon einen vermeintlich anonymen User gepackt. Streitleumdung öffnet eigene Türen, frei berechtigt. Ist ja dann richtig. Und auch die Polizei mit einem rechtlichen Beschluss kann die Identität der Leute rausfinden. StGB, genau, nicht Straßenverkehrsordnung, StGB Strafgesetzbuch. Ja, das macht mehr Sinn. StVO. Fahren ohne Führerschein im Internet. Nein, Spaß. Alles gut passiert. Ja, hey, wer in GTA ein Auto fährt, ohne Führerschein, der wird jetzt hops genommen. Nein, Spaß. Um das Ganze mal kurz etwas aufzulockern. Community. Also, dass man gemeinsam an Inhalten arbeitet und selber auch zum Veröffentlichenden werden kann. Alles ist dadurch hochgradig interaktiv. Lebendig quasi. Eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Und genau das ist Reddit eigentlich. Reddit ist unsere Gesellschaft. Mit allen Licht- und Schattenseiten zusammen. Diese Community, diese Gesellschaft, die hat sie selbst geschaffen und ist für viele Leute ein Zuhause geworden. Liegt ihnen am Herzen in seinem Zuhause. Da kennt man sein Umfeld. Man schließt sich dort in Gruppen zusammen. Man diskutiert über Sinniges und Unsinniges. Und man informiert sich und andere. Na klar. Kurzer Einwand zu sinnig und unsinnig. Also, sinnig und unsinnig. Alles das, was nicht strafrechtlich relevant ist. Man kann auch philosophieren über Gottverdammt was weiß ich was. Solange du halt nicht so einen Fakt machst. Das muss man dazu sagen. Oft geht es dabei auch um Falschinformationen. Unbeabsichtigten oder halt auch beabsichtigten Lügen. Und Reddit ist ein Ort, an dem gute Handlungen, aber auch Böses bis hin zu schwersten Verbrechen angestoßen, geplant, diskutiert, verurteilt, aber auch abgefeiert wird. Reddit konnte in der Vergangenheit Gutes bewirken. Zum einen für die Leben vieler, vieler Userinnen und User, aber eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Beispielsweise war Reddit einer der Orte, an dem sich die NSA-Enthüllungen von Edward Snowden 2013 so richtig schön verbreiten konnten. Wie ein Lauffeuer ging es von dort aus eigentlich nicht mehr aus dem Internet weg. Auch Wikileaks bekam eine Unterseite. Dort finden sich die Geheimprotokolle der NSA-Anhörung im Bundestag beispielsweise. Das war im Mai 2015. Und dabei ist herausgekommen, dass die Bundesregierung wohl von den Aktivitäten der USA gewusst habe. Ups. Genauso findet man da die Geheimdokumente zum Gefangenenlagern Guantanamo als auch diplomatische US-Berichte über zahlreiche Regierungen in aller Welt. Nach dem Sony-Hack im Jahr 2014 veröffentlichte Wikileaks mehrere E-Mails und Dokumente des Unternehmens. Und diese sollen Versuche seitens Sony belegen, auf Politik und Gesetze Einfluss zu nehmen. Also ihr merkt, hier findet man einiges, von dem man an anderer Stelle nicht wollte, dass es so einfach ersichtlich ist. Vor allen Dingen nicht in einer solchen Community. Ja, aber dafür ist es ja gut, sowas zu haben. Dass man den ganzen Schnodder, den die über uns da verzapfen, auch mal offenlegt, weil die versuchen, das natürlich SMS-Skandal und so weiter zu vertuschen. Dafür ist sowas geil. Aber doch, man könnte vielleicht sogar sagen, Reddit hat so ein bisschen zur Demokratisierung des Netzes beigetragen. Aber vielleicht ist diese Community, die sich selbst definiert und sich selbst entwickelt, ein wenig zu frei. Denn auf Reddit sind auch so Sachen wie die Wallstreet-Bets passiert, wo eine Gruppe von Menschen etwas tat, das normalerweise nur wohlhabenden Kreisen vergönnt ist. Sie haben die Börse manipuliert und GameStop zu einem Meme-Stock gemacht. Und ich denke, spätestens da wurde deutlich, wie einflussreich die Plattform in der echten Welt tatsächlich schon geworden ist und welches Potenzial hinter solchen Aktionen stecken kann. Und so lustig das jetzt auch erstmal klingen mag, ist es doch ein Hinweis darauf, dass wir ein genaueres Auge auf Reddit haben müssen. Denn die schlimmen Dinge, die dort passieren, sind eben auch relevant. Nicht nur für die Menschen, die darin involviert sind, sondern eben auch für die Welt im Realraum. Ja, man sollte, man sollte, auch wenn dieses Thema jetzt vielleicht manchen nicht gefällt, man sollte nicht, man muss schon einen rechtlichen Rahmen schaffen, um ein kontrolliertes Umfeld zu schaffen. Weil wie man sieht, wenn man Leuten zu viel Spielraum gibt, weil sie meinen, sie können rechtlich nicht belangt werden oder was auch immer, dann eskaliert es. Das ist die menschliche Natur. Wenn du keinen Rahmen hast, in dem du dich bewegst, dann versuchst du natürlich deine Grenzen auszutesten. Das versuchen Kinder, das versuchen Erwachsene, das versucht jeder, das versuchen sogar Tiere, Untererziehung, Katzen und so weiter. Sie versuchen immer ihre Grenzen etwas auszuweiten und wenn du da nicht intervenierst, dann hast du so eine Kacke. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, man möchte das ein wenig kontrollieren oder sie fordern ja komplette Kontrolle, Einsicht und so weiter. Nein, aber man muss Rahmenbedingungen schaffen, damit Menschen nicht meinen, was sie halt wirklich meinen, alles tun zu können, was ihnen gefällt, Menschen öffentlich zu diffamieren, beleidigen, sich zusammenschließen, irgendeinen Scheiß zu machen. Das geht nicht. Tut mir leid. Reddit ist keine heilere Welt als unsere hier. Und schockierenderweise fängt das wohl schon intern an. Es kam beispielsweise heraus, dass ein interner Mitarbeiter Hass und technografische Inhalte auf Subreddits verbreitete. Und da sehen wir, dass das Problem von Reddit in der DNA von Reddit steckt. Das Geheimrezept von Reddit war immer, dass man es sich eigentlich frei entfalten ließ. Aber das ging dann eben irgendwann so weit, dass es allgemein wirkte, als ob die Plattform keine so richtige Kontrolle über sich selbst hat oder überhaupt über sich selbst haben will. Das ging so weit, dass Reddit-CEO Alan Powell nach Protesten vieler Nutzer zurücktrat. Warum? Ja, weil sie sich eben in diesen demokratischen Prozess einmischen wollte. Sie wollte unter anderem mehrere Subreddits wie das Forum Fat People Hate schließen. Okay. Nur um das nochmal kurz irgendwie aufzuarbeiten, weil ich das gerade irgendwie nicht so ganz in meinen Kopf rein klicke. Jemand versucht, weil er verantwortlich ist, sie war CEO, wenn ich das richtig verstanden habe, und sie möchte einen Rahmen schaffen, damit Menschen andere Menschen nicht diffamieren. Und das ist glaube ich noch nett ausgedrückt. Und wird dafür gebasht, weil sie als verantwortliche Person für Unternehmen whatever dagegen vorgeht. ich frage mich langsam wirklich, wie lang diese Erde noch existiert. Muss ich dazu noch was sagen? Na ja, die Reddit Community die stellte sich quer und veröffentlichte sogar Fotomontagen von ihr mit Hakenkreuzen und verschickte Morddrohungen. Und auch Hexenjagden sind durch Reddit mittlerweile möglich. Zu was eine solche Plattform imstande ist, das hat man im Zuge des Boston Marathon Anschlags gemerkt. Da hat nämlich die Community innerhalb von zwei Stunden einen Verdächtigen gefunden. Vielleicht kennt ihr den Film oder das Buch The Circle. Da gibt es eine ähnliche Verbrecherjagd live im Internet. Das führte dann in diesem Fall tatsächlich zu einer Fahndung durch die Polizei. Das Problem war, es stellte sich später heraus, dass die Community die falsche Person entlarvt hatte. Tatsächlich haben die geposteten Fotos aber wirklich die Attentäter gezeigt. Sie zu helfen sage ich jetzt mal. Das ist gut. Dafür finde ich sowas echt super. Creepy. Es ist nicht wirklich schlecht, weil man kann dort als Community Gutes tun, aber die Form neigt auch schon wieder zu einer Hexenjagd. Also ihr seht Licht und Schatten liegen hier sehr nah beieinander. Wie bei X-Faktor das Unfassbare. Radage spielt auch eine unrühmliche Rolle für Verschwörungsmüstiger und hat beispielsweise bei der Verbreitung von Pizzagate und QAnon eine Rolle gespielt. Und dann gab es ja da noch das F***ing, wo 2017 Nacktbilder von Prominenten wie Jennifer Lawrence veröffentlicht wurden. Angeblich hat Reddit daraus Konsequenzen gezogen. Aber dass das nicht reicht oder zumindest nicht mehr auf dem Stand der heutigen technischen Möglichkeiten ist, das werden wir heute erkennen müssen. Ich gebe mal weiter. Vielen vielen Dank an dich Parabel Ritter dass du mich hier bei diesem Projekt unterstützt. Wir sehen also dass ich bereits ordentlich auf dieser Plattform ausgetobt worden ist und dass es schon relativ viele Redflags gegeben hat. Gerade der Begriff F***ing war mir durch Reddit tatsächlich auch ein Begriff. Dieses Phänomen welches heute uns Creatorinnen vor allen betrifft gab es nämlich bereits schon vor Jahren mit Stars wie Angelina Jolie oder Megan Fox Das wurde glaube ich sogar soweit ich mich noch erinnern kann sogar durch die Medien gebracht aber da waren sie Stars Influenza Stream oder sonstiges deswegen und deswegen finde ich auch sollten wir echt sowas verbreiten wo es geht oder noch viele weitere Beispiele Was ich auch äußerst problematisch finde ist dass auf gewissen Seiten auf denen wir uns wahrscheinlich alle schon mal rum getummelt haben momentan Werbung läuft für Deepfake Programme in diesen Werbeclips wird gezielt damit Werbung gemacht dass du mit einer gewissen App Funktion ganz einfach das Gesicht deiner Wahl auf einen anderen Körper machen kannst um deinen Fantasien freien Lauf zu lassen ganz schön missbräuchlich würde ich sagen zu dem Thema Deepfakes falls dich das mehr interessiert hat auch Herr Solmike letztens ein sehr gutes Video rausgebracht das werde ich dir einmal unten in der Beschreibung verlinken neben den ganzen krassen Kommentaren Deepfakes gephotoshopten bildern bieten sich die Leute in den Reddit Foren übrigens auch gegenseitig Hilfe an und zwar dabei einen von uns zu spielen um sexuelle Fantasien noch wirklicher werden zu lassen aber neben dem freundlichen Service eine Creatorin für den anderen zu spielen verticken auch einige in diesen Foren Deepfakes wie dieser bereits vorhin schon gezeigte Kommentar hier zeigt auch damals wurde schon ein Video dazu gemacht weil das beispielsweise einer Julia Beautix passiert ist und der Zugang zu Deepfakes wird durch gewisse Programme auch immer einfacher für die User rechtlichen Teil des Videos übernehmen darf vorher aber kurz ein persönlicher Einschub von mir auch ich habe ganz kurz den Stuhl kennt ihr der da musste ihn mal kurz rauslassen bis vor kurzem waren wir ja noch sowas wie Kollegen in den Recherchen zu diesem Video herausfinden müssen dass es potenziell Menschen im Netz und vor allem auf Reddit gibt die an Fakes von mir interessiert sind und daher war ich natürlich besonders lernbegierig was man rechtlich machen kann um solche Sachen im Zweifelsfall schnell und effizient im Keim zu ersticken Da ich juristisch aber nicht der allergrößte Geek bin habe ich für dieses Video bei meinem YouTube Kollegen Christian Solmecke von WWS Legal nachgefragt und wie es der Zufall wollte hatte er genau zu diesem Thema gerade ein Video in der Produktion welches er mir schon mal zukommen ließ also vielen Dank an dieser Stelle dementsprechend habe ich mal für alle nicht juristen wie uns die wichtigsten fakten aus seinem Video raus gefiltert die gute Nachricht zuerst man kann gegen fake oder revenge und gerichtlich vorgehen Christian Solmecke selbst vertritt sogar Opfer von solchen Fällen in seiner Kanzlei und wenn ihr gleich hört was für Strafen für die Täter theoretisch sogar dabei rauskommen könnten seid ihr vielleicht überrascht vor allem wenn ihr Täter seid denn solche Taten werden unter anderem als digitale Gewalt gegen Frauen eingestuft da in den meisten Fällen Frauen betroffen sind und es gibt verschiedene ich finde schön dass sie es so betont in den meisten fällen ja es ist wirklich so Frauen im Internet werden zu mehr ich würde mich aus dem Fenster lehnen um eine Prozent sozusagen sagen wir zu 97 Prozent nur mal in der Zahl sondern ich weiß nicht hundertprozentig sind davon betroffen und natürlich auch ein paar männliche Kollegen Frauen sind natürlich vermehrt betroffen aufgrund der Hormongesteuertheit von manchen ich nenne sie Toastbrot Toastbrot ist glaube ich Toastbrot ist relativ inhaltslos hat wenig Mehrwert deswegen Toastbrot Straftatbestände die bei Fake oder Revenge greifen könnten welche Paragrafen man genau heranzieht ist immer so ein bisschen Auslegung Sache und vermutlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich ein möglicher ist zum Beispiel Paragraf 187 Strafgesetzbuch die Verleumdung hier geht es nämlich um falsche Tatsachen Behauptungen um jemand anderen herab zu würdigen denn wenn ich Fake Produziere behaupte ich möglicher Rahmen dadurch dass es so variabel ist von Fall zu Fall verschieden gibt es mehrere deswegen ja der 187 aber wie gesagt sie hat es ja gesagt es ist variabel von Fall zu Fall verschieden und auch ich denke mal die Höhe oder die Menge des angefertigten Materials etc die Reichweite der ganzen Sachen spielt natürlich da auch eine Rolle mit rein quasi fälschlicherweise dass die Person um die es geht Bonus gedreht hat würde man so vor Gericht durchkommen könnte der Täter sogar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden weitere Gesetze und Paragrafen die greifen können sind dass Bundesdatenschutzgesetz Paragraf 201a oder Paragraf 184k des StGB außerdem verstößt die Verbreitung von Bildern ohne Einwilligung gegen die Datenschutzgrundverordnung sowie gegen die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen gerade bei Pornografie liegt häufig eine schwere Verletzung der persönlichen Ehre sowie der Intimsphäre vor die Betroffenen können also definitiv auch versuchen Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu erwirken das Limit nach oben sind hier theoretisch 20 Millionen Euro lasst euch nicht blenden Deutschland ist natürlich 20 Millionen klingt super aber sind wir ehrlich wir sind keine Stars also lasst euch da nicht verleiten und macht irgendeinen Scheiß damit so so am Rande Bußgeld realistisch ist natürlich weniger außerdem und das ist auch sehr wichtig müssen die Netzwerke wie YouTube Reddit und Co tätig werden wenn ihr sie darauf hinweist so was dann bei YouTube und Co verbreitet wird dann gilt das Netzwerk Durchsetzungsgesetz und danach muss man in 24 Stunden solche Sachen wieder runternehmen aber erst nach Kenntnis also das heißt da müssen eben schnell Meldungen raus damit die Plattform auch handeln können wichtig ist also wenn das ist es also ich denke mal sie wird es auch gleich sagen ihr müsst wenn ihr Kenntnis von irgendwas bekommt was euch betrifft sofort Screenshot machen Snipping Tool whatever Videoaufzeichnung whatever sucht euch aus Beweise Beweissicherung und das direkt weitergeben das hat Solmecke gerade gesagt ne weil erst ab Kenntnisnahme und den das die Aussage kennt man schon öfter dass die Ernst auf Kenntnisnahme aktiv werden müssen aber ab dem Punkt wo ihr das habt geht direkt ne Mail raus mit dem Beweis und dann haben sie 24 Stunden Zeit wenn sie dann nicht reagieren naja dann haben sie verkackt wenn ihr betroffen wenn ihr betroffen seid möglichst zügig handeln damit sich das ganze nicht zu schnell zu weit verbreitet den Content bei den jeweiligen Netzwerken melden und sich am besten auch mit einem Anwalt in Verbindung setzen denn man kann dagegen vorgehen oft und meistens sogar im Eilverfahren da dies bei Sachen die im Internet passieren und sich damit schnell verbreiten können notwendig ist wenn ihr mehr juristische Details wollt schaut auch gerne mal in das Video von Christian Solmecke rein das war es ansonsten erstmal von mir und von der rechtlichen das ist wichtig dass sie es nochmal betont hat schnelles Handeln sehr sehr schnell weil ihr wisst 10 Minuten im Internet dass in der Zeit sind die Sachen so weit verbreitet ne da zählt quasi wie in der Form 1 jede Sekunde die Seite vielen Dank an Alicia Joe dass du mich bei diesem Video unterstützt und auch vielen vielen Dank Herr Solmecke für die Hilfe wir halten also fest wir können dagegen vorgehen und genau das werden wir auch tun deswegen hat der liebe Alpha Kevin sich einmal näher mit den Usern befasst und sich als einer von ihnen ausgegeben es tut mir immer noch so leid für dich Alpha Kevin dass du das gemacht hast ich hatte nicht die Kraft dazu deswegen nochmal clap für dich abartig was da jedenfalls alles rauskam diese User hat er dann anschließend der Hacky-Wistin Nella zugeschickt und interessant was sie so rausgefunden hat wer sich da hinter den Usernamen so versteckt Nella arbeitet auch als Cyber Security Specialist und kooperiert unter anderem auch mit dem LKA oder Anwälten ich übergebe an diesem Punkt einmal an Alpha Kevin weiter der euch zeigt wie anonym ihr wirklich seid im Internet Kommen wir nun zu einem spannenden und gleichzeitig super ekelhaften und erschreckenden Teil des Videos mein Ziel war es herauszufinden welche Inhalte auf Reddit gepostet werden wie diese Personen dabei vorgehen und wer hinter diesen Accounts eigentlich steckt bei dieser sehr außergewöhnlichen Recherche musste ich leider feststellen wie weit diese anonymen User eigentlich gehen so gibt es etliche Inhalte bei denen Bilder Videos von Influencern herhalten müssen damit sich irgendwelche random Leute darauf aufgeilen besonders ganz kurzer Eintug Respekt ich wäre glaube ich nach 30 Minuten ich wäre so steil gegangen ich hätte es nicht gemacht nein da bin ich zu emotional auffällig war es vor allem dass ich bei meiner Recherche wirklich nur junge Frauen beziehungsweise sogar Mädchen gesehen habe bei denen dieser Content so extrem sexualisiert wurde sei es dass User auf diese Bilder gekommen sind und diese Bilder dann hochgeladen haben oder sogar Leute die Deepfake Videos von Influencern verbreiten und kommerzialisieren wollen damit ihr aber so ein bisschen Einblicke bekommt zeige ich euch gleich Nachrichten und auch Inhalte von diesen anonymen Reddit Usern und anschließend werde ich dazu kommen diese Leute mit Hilfe von der Hektivistin Nella mehr oder weniger zu Exposen beginnen wir zuerst bei einem User namens Granatapfel Gerd er veröffentlichte Bilder von Influencern in mehreren Gruppen um sich dann mit der Masse auf diese Bilder aufzugeilen ich habe jetzt nicht gelacht wegen dem sondern wegen dem Namen Granatapfel kommt man darauf da wurde dann beispielsweise folgendes geschrieben ich frage mich ob dieser noch jungfräulich ist anschließend wurde weiterhin primitiv darüber geschrieben und das hat er nicht das erste Mal getan sondern öfter das gleiche machte er unter anderem auch bei den Streamerinnen Reefed und auch Annie The Duck und das immer und immer wieder als ich ihn dann privat kontaktierte um einfach herauszufinden wer so dahinter steckt schrieb er mir Philosophie und Sport auf Lehramt also ist nicht sein Ernst ist nicht sein Ernst ich verkneife mir jetzt jedes Kommentar wenn ich bedenke dass solche Menschen mit Kindern zu tun haben aber tut mir leid ich persönlich finde es eher schlimm dass das was öffentlich ist nur die Spitze des Eisbergs ist meistens ja das ist es ja aber man muss erst mal an der Spitze kratzen dass man den Rest offen legt also daher finde ich es super dass solche Videos gemacht werden dass darüber gesprochen wird dass es polarisiert wird um einfach aufmerksam darauf zu machen um dann tiefer zu gehen und zu schauen wo ist der Hund begraben also was ist da noch alles wie kann man dagegen vorgehen etc von daher ist es ein super Ding zum Start so ein 25 jähriger zukünftiger Lehrer teilt Bilder bei denen er auf jüngere Streamer in den kommt und veröffentlicht dann noch diese Inhalte und möchte wirklich diesen Beruf ausüben das ist wirklich unfassbar krank und es macht mich enorm fassungslos krank ist an der stelle noch sehr nett formuliert da fallen mir gerade zigtausend andere worte ein die ich jetzt hier nicht öffentlich aussprechen um Hilfe bat um etwas über diese person heraus zu bekommen teilte sie mir dann seinen facebook und auch telegram account und wenn er jetzt Pech hat dann wird genau dieser Fall zur Anzeige gebracht und er wird eventuell im schlimmsten Fall ist ein Studium los Influencern bei dessen abgezählt wurde sich auf die körper aufzugeilen also da wurden irgendwelche screenshots von stories geteilt wo man vielleicht den hintern von jemand sehen kann und hierbei wurde es dann doch noch etwas spannender mit Hilfe von Nella konnten wir nämlich nahezu alles über diese Person herausfinden Name Hobby Bilder und weitere Profile denn Wurstbaum89 denkt zwar er sei anonym weil er kein Bild auf reddit hat oder weil er sich einfach Wurstbaum nennt jedoch hat er zufälligerweise einen gleichnamigen Account auf Twitter bei denen er unter anderem Informationen über sich preis gab an der stelle wirklich schon mal viel Spaß mit den Konsequenzen und Leute glaubt nicht dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist bei dem man anonym alles tun und lassen kann was man möchte es ist einfach nur ekelhaft und persönlich auf sie eingehen weil das ein Part habe ich gestern angeschaut und der Part da ging es mir durch da musste ich sofort an meine Tochter denken die wie gesagt auch Intentionen hat Social Media aktiv zu betreiben und ich jetzt schon sie quasi versuche darauf zu vorzubereiten und ihr auch zu erklären was tut man was tut man nicht worauf muss man achten etc aber wenn solche kranken unterwegs sind wo ich mir dann denke dass wenn sie soweit ist wenn ich daran denke dass solche Vollpfosten 10 Meter Feldweg oder was auch immer dann eventuell eventuell aber diesen Gedanken muss man spinnen mit ihren Bildern sowas machen da habe ich so einen Hals und ich habe einen Magen gespürt das ist nicht mehr feierlich ein sehr sensibles Thema ist jedoch zeigt auch dieser Fall nochmal eine besondere Relevanz so gibt es nämlich nicht nur bei Reddit sondern auch bei Telegram Gruppen bei denen sie schon mit 14 bis 15 Jahren komplett sexualisiert wurde dort wurden dann unter anderem Fake Bilder mit ihrem Gesicht veröffentlicht und so getan als würde sie das nackt sein außerdem galten sich die Personen in dieser Gruppe untereinander extrem auf und teilen auch Videos bei denen sie sich bei Streamerinnen einen runterholten wie beispielsweise auch der User ralle666 und sei es jetzt Reddit oder Telegram es ist vollkommen egal wo ihr seid man kann alles über euch heraus bekommen so wurde nämlich ersichtlich dass ralle666 in echt Ralf heißt er ist von Beruf rausgefunden wie seine E-Mail Adresse heißt weshalb man auch so viele weitere Details über ihn herausfinden konnte im Grunde genommen habe ich noch super viele weitere Chats bei denen ich auch mit ihrem Gesicht noch Geld verdienen ich komme darauf einfach nicht klar sowas war aber kein Einzelfall es gibt wirklich unzählige Menschen die diese Maschen durchziehen und denken sie seien anonym und ich gebe jetzt hierbei nochmal eine ganz klare Warnung an alle raus alles was ihr im Internet von euch gebt wird im Internet bleiben egal wie sehr ihr versucht etwas zu vertuschen oder zu löschen ihr seid nicht anonym nur weil ihr euch nicht zeigt oder irgendeinen anderen username angebt man findet in der heutigen zeit wirklich nahezu alles von euch raus deshalb macht niemals so ein zeug teilt niemals solche bilder videos und andere materialien und vor allem versetzt euch einfach mal in die lage der Frauen und mädchen die darunter leiden müssen denn dann würde man vielleicht auch merken wie schrecklich und grausam das Ganze ist und was es für Konsequenzen haben kann so ich meine es gibt Menschen die sind einfach empathielos die können sich sowas nicht vorstellen ja aber es sind einfach Wirkungen nach außen die man dadurch schafft und generiert die einfach schadhaft sind wenn du sie attraktiv findest sprich mit deinem Kumpel drüber in deinem Zimmer das haben wir damals auch gemacht wunderbar aber diese Dinge in der heutigen Zeit alles ins Internet zu tragen alles muss ins Internet egal was es ist ob es ein deepfake scheiß ist ob es irgendwie ein Unfall ist ob es irgendwas anderes ist diese Mentalität alles im Internet öffentlich zu machen um seine Perversion seinen Fetisch irgendwie in irgendeiner Form nach außen zu tragen tut mir leid da steht mir irgendwie jeder ding dafür da komme ich nicht klar drauf einfach nur abartig peinlich und ich muss einfach mal facepalmen das ist noch harmlos jesnero jesnero hatte übrigens auch ein sehr wichtiges thema das er dazu beisteuern wollte allerdings haben sich die leute die höchst wahrscheinlich etwas gegen das ganze unternehmen könnten ihn am ende sitzen lassen und ihm kein interview gegeben sehr sehr schade sehr enttäuschend das sagt er dazu ursprünglich wurde mir für meinen Part bei der Geschichte hier ein interview versprochen allerdings wurde die angelegenheit gewissen verantwortlichen die de facto etwas hätten bewegen können diese angelegenheit einfach zu heiß unpassendes wording passend zum unpassenden verhalten von verantwortungsträgern bezüglich unpassendem widerlichen verhalten mancher reddit widerlinge ihr müsst immer bedenken es gibt viele Dinge die wir als creator und creatorin nicht ansprechen probleme die sich im anstellen einfach nur befeuern weiter zu machen und weiter missbräuchliche dinge mit uns anzustellen aus dem grund sage ich euch ja auch immer dass ihr vielleicht nicht zu früh anfangen solltet mit social media denn unter anderem wurden auch reddit posts von streamerinnen und tiktoker rinnen gefunden die zu dem zeitpunkt als die bilder auf diesen foren gelandet sind noch minderjährig gewesen sind mittlerweile sind diese seiten reddit beiträgen und das ständige sexualisieren jedes körperteils von uns schränkt einige meine kolleginnen und mich ein beziehungsweise fühlen wir uns eingeschränkt und ich weiß einige von euch werden sagen ihr solltet euch nicht eingeschüchtert fühlen aber wenn du beispielsweise bei einem live stream event dabei bist und du anschließend auf reddit wieder bilder von dir siehst bei dem wirklich jedes einzelne körperteil sexualisiert wird und jede mimik von dir dann macht das was mit dir einige von meinen kolleginnen sagen sogar sie wissen dass diese bilder von ihnen existieren und diese videos aber es belastet sie so sehr dass sie es einfach nur weg ignorieren da wir aber mit diesem video definitiv ein zeichen setzen wollen und auch dem Täter zeigen wollen hier ist die Grenze denn wie viele von denken ist das unity bitte ich wenn ihr solche reddit forren führt und die nett meint und nur bilder postet und ihr seht leute posten dort schweinskrams meldet diese menschen und haltet euer reddit forren clean außerdem solltet ihr wenn ihr auf solche dinge stoßt sie bitte melden oder an die managements oder die creator selbst schicken außerdem möchte ich bedanken ich habe mich nicht getraut dieses video selbst zu machen deswegen vielen vielen dank für eure unterstützung und für euren zuspruch und eure netten worte es hat mich wirklich sehr aufgebaut und ich wollte noch mal auf dieses thema aufmerksam machen da ich oft abo auch schaut bitte bei allen anderen vorbei bei einem parabelritter bei einer alicia joe bei einem herr solmike bei einem alfa kevin bei anella lasst ganz viel liebe da und vielen vielen dank für ich nehme mir die freiheit raus